Ah ja, die erste Quest, dann werden wir das Belohnungen kassieren, Stufe, ok, Stufe 2, verbessert, Erfahrung, Stufe 1, ein bisschen cash in der Tasche haben wir, und wir können zufrieden sein, ne? Zum Netzwerk überprüfen, vielleicht schaut mal, ok, kurz das Internet kurz schließen, vielleicht hilft es ja. Jo, es gibt's. Aha. Aha, ok. Kannst jetzt über eine Online-Sitzung mit anderen Spielen-Quests, ok, jetzt haben wir das freigeschalten, ok, super. Ja, kann man machen, ne? Ok, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Gleich. Ja, jetzt können wir endlich mal Multiplayer spielen, ne? Sehr, sehr gut. Hallo. Servus. Servus. Hm, ja, ich glaube er gerade hingeht. Ich will ihn, mein Banos. Hm, da kann mich einer hören von euch Lappen. Hier ist das. Hm. Hm. Ich bin ich bei den Schatz zu hören. Okay. Untertitelung. BR 2018 Da, bist du ja, Femba? Hmm. Da, bist du ja. Okay. ja Wir können nicht... ok wo sehe ich jetzt das ist Das war's für heute. Sohn. Komm nicht, was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.